FIWO Energietechnik ist in Sachsen als Familienunternehmen gegründet. Wir bauen Systeme zur Wärme- und Kälteverteilung. Ich bin Dachdeckermeister und führe einen Handwerksbetrieb hier in Dresden in vierter Generation. Mein Vater ist Bauingenieur, meine Mutter auch, mein Sohn wird es jetzt auch. Ich bin stolz darauf, dass wir uns gesund entwickelt haben, dass wir das gemeinsam mit unseren Mitarbeitern geschafft haben. Wir haben uns im Laufe der Jahre eine Marktführerposition in Deutschland, Österreich, Schweiz erarbeitet. Als ortseinsässige Firma geht es auch darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wir als Handwerksbetrieb sind auch in der Sportförderung aktiv bei den DSC Volleyball-Damen, die sehr erfolgreich in der ersten Volleyball-Bundesliga spielen. Leidenschaft, Beharrlichkeit, Fleiß, diese Dinge verkörpern sowohl der Leistungssport als auch das Handwerk. Ein Großteil der Mitarbeiter haben wir selber ausgebildet. Wir haben frühzeitig ihnen Verantwortung gegeben. Wir versuchen sie auch durch besondere Sozialleistungen natürlich zu halten, wie gemeinsame Mitarbeiterveranstaltungen, Sportveranstaltungen. Wir Sachsen sind ja gesellig. Auf jeden Fall ist es uns ganz wichtig, dass wir miteinander arbeiten und auch leben. Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft und muss als solches auch Verantwortung übernehmen. Das Handwerk tut das an vielen Stellen. Wir sind ein Hersteller, der Unikate baut, das heißt kleine Stückzahlen. Kleine Stückzahlen kann ich nur bauen mit Menschen. Wir arbeiten gerne mit den Behinderten zusammen, weil wir haben nicht nur Verantwortung für die Menschen, die Arbeitsplätze von selbst finden, sondern auch für die, die gehandicapt sind. Wir haben einen guten Weg gefunden, in Zusammenarbeit mit den Lausitzer Werkstätten die Behinderten zu fördern und gleichzeitig einen Lieferanten zu haben, der uns mit den Produkten beliefert, die wir benötigen. Die Jugend sollte entscheiden, wie wir in Zukunft leben wollen. Schließlich muss sie am längsten mit den Entscheidungen von heute klarkommen. Deswegen ist auch ein junger Verein wie der DSC so wichtig für die Gesellschaft, weil er viele Menschen vereint und zeigt, wo man mit Leidenschaft und Beharrlichkeit hinkommen kann. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir technologisch vorne bleiben, dass wir transparent sind. Wir müssen tolerant sein, um weltoffen zu sein, um die Menschen nach Sachsen zu holen. Und wenn wir die drei in Aikland bringen, dann wäre das ein Sachsen, wie ich es mir für meine Kinder wünschen würde. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die mit Zuversicht und mehr Mut als heute in die Zukunft schaut. Ich bin von Kind auf Optimist gewesen, so wie mein Vater auch. Das hat er mich gelehrt. Sonst kann man eigentlich als Unternehmer nicht nach vorn schauen. Positive Stimmung ist die halbe Miete für die Zukunft. Nicht meckern bringt weiter, sondern einfach machen. Das ist die halbe Miete für die Zukunft.